Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Freunde, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Als erstes würde ich sagen, erstmal die schlechten. Deswegen müssen wir hier vorne erstmal raus. Und zwar, ja, dauert ganz kurz, wir müssen kurz da vorne rüber. Ihr kennt ja die Drachen. Den Stein, Drachen, haben wir nie wiedergefunden. So, und jetzt, wir haben den Feuer, wir haben den Blitz, wir haben den Air, Frost und Wasser. Leider ist der Nature beim Leveln abhandengekommen, beziehungsweise gestorben. Kein Problem, der Juti war zu stark. Der hat 3000 Schaden oder so die ganze Zeit gemacht. Deswegen, er ist gestorben. Die, ein davon oder zwei Stück davon, weil, keine Ahnung, passt auf. No, sag bloß, der ist weg. Ah, hier, Grow with Schlafmütze, er und noch einen Drachen links. Deswegen, wir schauen uns das gleich nochmal an. Und jetzt kommt einmal hier rüber. Und zwar haben wir einmal hier den Indoraptor. Ja, ich habe ihn nochmal hergestellt. Und zwar sieht er jetzt so aus. Das ist aber der ganz normale. Ihr seht, es steht right dort. Bedeutet, wir können ihn reiten. Jetzt bedeutet das aber, für den da unten, wir gehen jetzt auch ganz kurz runter, dieses kleine Misthich da unten. Ihr kennt ihn ja. Der ist einen kleinen Ticken größer. Brutaler. Alter, der ist ja wirklich riesig. Nee, warte, der steht ja noch auf die Steinplatten. Er ist... Nicht die... Oh, ich sehe jetzt erst. Schaut euch mal an, wie unser ausschaut. Das ist der Indoraptor. Naja, nicht wirklich. Er hätte dunkler sein müssen. Aber, er ist nah dran. So. Wir haben ihn noch nicht ausprobiert. Äh, ach ja, bei dem hier. Warte mal. Wir haben Amor. Den können wir Amor... Oh, ich darf ihn noch reiten. Aber komisch, bei dem stand es anfangs doch auch. Na, du kleines Drecksvieh. Warte, er muss ja... Er muss ja eigentlich lernen von uns, ne? Zurück. Lerne vom Meister. Hört er auf uns? Ist er jetzt gut? Folge mir mal. Du willst dich verarschen, ne? Ich weiß es. Warte, komm mit. Ich glaube, der verarscht uns. Hundertprozentig, der verarscht uns. Hä, er macht aber wirklich gerade nichts? Das ist ein bisschen seltsam. Wir können ihn aber auch nicht reiten. Aber ich glaube, der scheint nur lieb zu sein, weil die Wand zwischen uns ist. So. Also. Das hier ist... Äh, ja. Okay. Das hier ist der Indoraptor. Okay, die Sicht ist ein bisschen kacke. Okay, das ist die Ego-Perspektive. Sieht schon mal nice aus. Ein paar Haare hat er oben auf dem Kopf. So. Gehen tut schon mal gut aus. Er läuft auf allen Vieren? Sieht auch gut aus. Könnte ich dich besser machen. Das ist links-klick. Ah. Rechts-klick. Er schlägt dann. Okay. Kann er noch... Das war C gerade. Warte noch einmal. Ist sehr leise klein. Oh. Uhu. Okay. Springen kann er auch noch. Okay, das ist geil. Pass auf. Dann suchen wir uns noch mal kurz, äh, ne Beute. Die Welt sieht sehr, so sehr seltsam aus. Warte, so sieht sie... Alles klar. Das sind also die Wolken da oben. Sieht ganz komisch aus. Alles klar. Hier befindet sich nicht ein Dino. Müssen wir wieder runter. Na, einen wunderschönen guten Abend. Oh. Oh. Hallo. Äh, ja. Ähm, okay. Ah. Juhu. Kann ich auch hier. Ich mach mit. Zack. Fertig. Rechts-klick. Ah, okay. Blutungsschaden. Jetzt heißt es nur noch einmal stärker werden. Aber, okay. Er kann gute Attacken. Er kann wirklich gute Attacken. Er ist zwar nicht stark, aber... Er ist gute. Er ist eine very gute Junge. Komm weg mit dir. Alter, er kann gar nichts machen. Warte mal. Moment. Baby. Warten Sie mal ganz kurz. Sehr gut, sehr gut. So, Kleiner. Pack ihn dir. Und auf die Beute. Zack, 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 zack. Ho, ho, ho. Oh, er gibt 220 jetzt ab. Ich glaub, der Mammut hat gar keine Chance. Warte. Zack. Einmal in der Luft. Ey, der ist wirklich gut. Er ist wirklich gut, wenn ihr Vanilla spielt. Der ist wirklich nicht schlecht. Der ist richtig gut. Falls ihr zum Beispiel jetzt, sag ich mal, einen Spino zählen wollt. Oder irgendeinen T-Rex. Ey, macht einmal rechts-klick und knallt den einfach ab. Ich weiß zwar nicht, ob er schnell Leben verliert, aber warten Sie ganz kurz. Nö. Äh, geht eigentlich. Ja. Okay, ist eine große Sünde, was wir gerade machen. Aber ist egal. Eingebrüll noch. Gut. Er muss sterben. Was? Weg mit dir. Gut. Der hat noch Full Life. Die anderen sehen da hinten nicht so gut aus. Aber ist egal. Okay. Cool. Haben wir genug ausprobiert? Naja. Noch nicht wirklich. Wir gehen jetzt gleich nochmal in den Käfig rein von dem Alpha Indoraptor. Und dann lassen wir die Drachen entwickeln. Hi, Kleiner. Pass auf. Wir machen das jetzt mal ganz kurz einen kleinen Ticken anders. Äh, was haben wir hier? Weg mit dir. Ah, nimm mich mit. Der Rest kann weg. Okay. Turn on. Baby. Wir gehen da jetzt rein. Vorsichtshalber. Ich muss ja irgendwas mit reingehen. Weil bei dem her kann ich am schnellsten reinkommen und rauskommen. Keine Ahnung. Das sehen wir jetzt gleich. So. Einmal landen, bitte. So. Sehr gut. Ja. Kleiner, pass auf. Pass auf, Kleiner. Warte. Diesmal nehmen wir einen anderen. Den haben wir schon genug gesehen. Komm, wir nehmen den kleinen 4 um. Ja. Komm. Komm. Mit deinen Reichszähnen machst du sie fertig, okay? So, Kleiner. Stehen geblieben. Kloser. No. Warte mal. Heißt das, man muss den in einer bestimmten Zeit einfach nur haben? Okay, wartet. Wartet, wartet. Wir überprüfen. Wir müssen ganz kurz die Tore hier aufmachen. Wehe, du greifst den Kleinen an, okay? Wehe. Es ist alles noch gut. Alter, wir haben den Großen jetzt gezähmt. Letztens sah das noch ganz anders aus. Warte mal. Wie stark bist du dann jetzt? Oh, jetzt geht's los. Okay, vom Gang und so weiter her ist er ja genau gleich. Ein Tick lauter ist er vielleicht. Oh, Kinder. Oh, Kinder, Kinder, Kinder. Es tut mir leid, was mit euch jetzt passiert. Aber der Indoraptor kommt. Ja, das war mal ein richtiger Fail. Der ist jetzt schon größer als der Kleine. Warte mal. Das ist eine Predator Vision. Predator Vision bedeutet jetzt auch, wir können uns unsichtbar machen oder was? Warte, greifst du mich an, Kleiner? Ja, okay. Er greift mich an. Pech gehabt. Kollegen, euch mache ich jetzt auch kurz fertig. Ey, come on. Komm, sei mal nicht so. 377 ergibt immer mehr ab. Kann das möglich sein? Rechtsklick. Hat er nicht ihm gerade weniger abgegeben? Oh. Sein Leben erlöscht. Okay, warte mal. Das ist er also. Was ist Predator Sicht? Kann er sich irgendwie noch unsichtbar machen oder irgendeine andere Taste? Schade, wäre ja möglich gewesen. Okay, pass auf. Er hat jetzt 700 noch was mit Lead Damage. Hey, Reno. Baby. Ah, ich weiß, du scheinst ein komisches Ding zu sein, ja? Das war eventuell ein Mistake. Aber, äh, ja. Wir sind safe, wir sind safe. Ja, ähm, von dem will ich nicht getroffen werden. Nicht nochmal. Ist gut, Kleiner, ist gut. Predator Vision. Zack, ab dahin. Die Mammuts, die kriegen es jetzt. Der scheint hier schon low zu sein oder scheint ein Weibchen oder so. Seht ihr das? 292. Was gebe ich jetzt bei den anderen ab? Ah, der Reno chargt. Ah, ich will nichts von dem. Der Reno will immer, der will mich immer noch. Aber warum? Oh, why? Ich habe da doch gar nichts getan, Mann. Komm, kusch. Bah, Junge. Okay, er kann richtig nicht in der Luft machen. Ist egal, komm, komm, komm. Wir haben genug, wir haben genug. Nicht treffen. Wir hauen ab hier. Okay, Alpha, Indoraptor. Du hast genug gemacht. Abhauen, abhauen. Komm. Die wollen nicht töten. Hallo, Krise-Messe-Wolf. Gebt euch haben wir 312 ab. Okay. 338. 349. Kann das sein, wenn er immer einen tötet, dass er... Der Reno kommt immer noch hinterher. Kann das aber sein, so mehr er tötet, also umso mehr er tötet, umso stärker wird er dann? Sagen wir, jetzt kommen 1000 Dodos. Wie stark wird er dann? Falls es wirklich so ist. Ja, kleiner. Jetzt mach aber keinen Stress. Und lass ihn in Ruhe. Ich denke mal, vielleicht hat er Angst gehabt von Fiomia. Ich weiß ja nicht, weil... Alpharaptor. Äh, Indoraptor. Warum Alpharaptor immer? Okay, pass auf, wir fliegen jetzt kurz hoch. Denn jetzt kommt die Fusion zwischen zwei Drachen. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, was passiert. Ähm. Habt ihr gerade gesehen, das, was ich gesehen hab? Stimmt. Shadlos hat von Karch-Karodontosaurus einen neuen Skin, ähm, rausgehauen. Das ist er wohl anscheinend. Hey, kleiner, komm her. Was hat denn der da unter dem Auge, als ob er weint? Warte mal, warte, 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 warte. Schnuck ich hin, wir wollen... Oh, der sieht echt nett aus. Respekt, Respekt. Aber den alten fand ich auch übelst geil. Aber der sieht schick aus. Der sieht schick aus. Aber der hat unten so eine schwarze Träne. Seht ihr das? Als ob er weint. Sieht gut aus, sieht gut aus. Drachen. Herzliche Willkommen. So, pass auf. Wen von euch kann ich jetzt verwandeln? Okay, Feuer und so weiter kann ich nicht. Die beide haben eine Faust. So, wir können jetzt den Lightning mit dem Air. So, grow with happy lightning. Ich würde aber sagen... Grow with... Wir machen das jetzt mal. Warte, die drei anderen Drachen müssen weg. So, und ihr beiden... Ihr könnt euch verwandeln. Alles klar. So, dann... Eine Minute. Alle beide verwandeln sich gleichzeitig? Warte mal. Dann kann sich einer von denen nicht verwandeln. Nature kann sich bestimmt nur mit Feuer verwandeln. Oder? Ne, keine Ahnung. Weißt du was ich? Wir warten mal ganz kurz ab. Alter. Die Wolke zwischen den beiden. Das sieht episch aus. Drei. Zwei. Eins. Und... What? No way. Wie heißt du Storm? Storm, 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 Storm. Alter, ist... Der ist groß. Ach, warte. Ich krieche. Aber der ist trotzdem groß. Leute. Wir haben unseren allerersten Drachen. Und mit dem... Können wir den... Oh. Yes. Alter, der sieht aber... Warte mal, zeig mal dein Gesicht. So ist es besser zu sehen. Storm, Adolosent, Dragon. Er leuchtet sogar. Wisst ihr, welchen ich jetzt gern gesehen hätte und wen ich ihn groß haben möchte? Warte mal, wo ist denn der? Das war der Storm. Den weißen, der so Comic-Grafik hatte, so eine Art. So diesen weiß-grauen. Aber ist egal. Oh. Okay. Kann ich mitleben? Kann ich auf jeden Fall mitleben? Holy moly. Okay, Freunde. Willkommen, willkommen. Hey, Kinder, da unten. Na? Habt ihr mich vermisst? Warte. 314 nur. Rechtsklick. No. Warte mal, kommen die Blitze wirklich von unten? Äh, von oben? Warte mal, noch einmal. Okay, er macht... Ähm, er sprüht. Er sprüht. Und das Geilste ist, sobald ich einen angesprüht habe, pass mal auf, was von oben runterkommt. So, pass mal jetzt ganz genau auf. Ja, ähm, Treffen muss gelernt sein. Da! Seht ihr das? Und er kriegt übelsten Damage ab. Ja, wir leveln kurz, wir leveln kurz. Wartet, wartet, wartet. Glaubt ihr, ihr könnt jetzt noch irgendwas mit uns aufnehmen? Ähm, okay, außer, ähm, Obsidian mit ist, die... Ich treffe keinen mehr. Okay, jetzt treffe ich ihn. Sein Gehirn ist geröstet, äh, geröstet, sagen wir es mal so. Oder durchgeschmort. So, pass mal auf. Also, wir leveln ihn ganz kurz mal. Ähm... Okay, mach keine Animation. Schade. Ähm, bisschen Energie brauchst du ja natürlich auch. Zack. Einmal bitte hochheilen. So, C. Das konnte er doch noch nie, oder? Warte mal, das... War das nicht immer von den Wiferns, die das konnten, aber nicht von den Dragons? Hey, Wolf, Kleiner. Es tut mir leid, was ich mit dir tue, aber... Bitteschön. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Pass auf. Von oben kommt ein Blitz runter und er hat irgendeinen Buff auf sich. Ein Debuff. Oh, Zeus, dankeschön. Zeus hat ihn getötet. Warte mal, bist du ein Junge? Okay, ist Jenna nothing. Äh, Freunde, schreibt mir in den Kommentaren, sollen wir den Zeus nennen? Ihr kennt den doch. Herkules, sein Vater. So, Kleiner, dich will ich kurz mal anspucken, bitte. Kleiner, ey, 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 ey. Gibt's nicht hier. Ui, 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 ui. Ich bin gerade happy, dass wir den haben. Problem ist, jetzt müssen wir die anderen aber. Wir kriegen aber nur höchstens zwei Drachen raus. Äh, das ist ein bisschen mies, oder? Äh, das kostet so viel Zeit, ey. Das ist so viel Zeit, die man investieren muss, damit die Drachen hochkommen. Das ist krass. Du landest kurz hier, Kleiner. Wow. Okay, Transmitter. So, hab ich hier aufgestellt. Denn, ich suche jetzt etwas. Genau da, Freunde. Ein Walross. Ja, ist mein Ernst? Es ist ein Walross. Da gehen wir jetzt hin. Es gibt Walrosse. Nennt man so die Mehrzahl, ne? Hier in ARC. 16, 88. Alles klar. Sturzflug kann er nicht. Wollte ich gerade mal austesten. Hier irgendwo sollen ein Walross sein. Da! Ha, 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 ha. Hallo, Kinder. Na? Hast du schon mal ein Pfeil gegessen? Alter, du siehst süß aus. Guck mal, Fiumia. Dein Vater. Dein Vater, Fiumia. Uah. Fiumia, äh, Fiumia. Jetzt nenne ich schon Fiumia. Walross, aus. Super. Ähm, leg dich mal ganz kurz hin. Bist du Frau oder Mann? Oh no. Ich wollte dich nicht. Warte mal, warte. Ich zähme dich. Ich hab dich zwar geschlagen, aber ich zähme dich. Nicht töten, nicht töten. Sowas tun wir doch nicht. Nein, 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 nein. Kollege, ist schneller. Ach ja, Passiv 10 war ja hier eh immer so ein bisschen... 2,3? 2,3 hat das Nummer... No! Lass ihn. Ach, lass uns. In Ruhe. Drache, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Friss, Junge. Okay, warte, haben wir nicht getroffen. Oh, wir sollten mal auf den Jutty auffassen. Ha. Tja, ein Blitzableiter wäre ziemlich gut gewesen, Agent Havis. So, Jutty ist weg. Bedeutet, wir können den jetzt so ruhig zähmen. Er wird doch gerade gezähmt. Und ihn hier nehmen wir auch mit. Aber Passiv ist, glaube ich, dauert zu lange. Warte mal, Mail? Mail. Okay, den brauchen wir nicht. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und wir brauchen ein Female. Ich will doch ein Baby davon noch sehen. Kleiner, was bist du? Female? Perfetto. Du kommst in unsere Sammlung. Oh. Ja, ähm. Bitte schön. Bitte schön. Okay, wir brauchen ein Schaf. Die lassen wir jetzt ganz kurz hier. Wir brauchen unbedingt ein Schaf. Ich weiß aber, wo welche sind. What the hell is that? Beast of Dartmoor. Willst du einen neuen Partner haben? Komm her, ich bin dein neuer Partner. Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch. Ah, er könnte, er könnte stark sein. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich habe nur Angst um unser Drachen. Hallo Katze. Ei, ei, ei. Eventuell, was ich mache, ist lebensmüde, aber ist mir egal. Aus hier. Hä? Ein Pfeil reicht, um dich zu zähmen? Wir brauchen ein Schaf. Wir brauchen ein Schaf. Hier, Schaf. Hallo Baby. Oh. 100. Ah ne, ich wollte gerade sagen, 109 nur. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, die ist komplett aufgegangen. Okay, wir haben einiges. Wir haben einiges. Ich glaube, damit sollten wir alle kriegen. Katze. Oh, sie leben noch. Okay, ruhig, 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 Drache. So, komm her, Drache. Äh, Katze. Beast of Dartmoor. Woher kommt der Name? Dartmoor kommt mir irgendwie übelst bekannt vor. Drache, ich brauche dein, äh, Chopped Lamp. oder wie das auch immer heißt. Keine Ahnung. Ähm, davon kriegst du die Hälfte rein. Ist es. Sehr gut. Na komm, Kleiner, wie sieht's aus jetzt? 38 Prozent. Geht doch. Drache, beschützt mich, ja? Dankeschön. Ei, 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 ei. Zeus, Baby. Beast of Dartmoor. Stehen Sie auf, bitte. Oh, yes. Ich wusste es. Wir können sie reiten. Okay, du. Okay, wir fliegen einen kleinen Ticken, aber ist nicht schlimm. Alter. Also, ich weiß ja, Tilekolleos sehen ja jetzt nicht so freundlich aus. Aber das wie ich hier. Übelst brutal. Holy moly. Ich würde sagen, wir haben eine übelst fette, geile Katze gezähmt. Was ist oben rechts? Kript, äh, tamed. You've tamed, äh, kriptet, they're real after all. Was bedeutet das? Schreibt mal unten in die Kommentare. Was bedeutet das? Okay, warte mal. Links klick. Samanthuze wie immer. Rechts klick. C. Ist der Tilakolleo. Ah, Soka, Soka. Okay, warte mal. Wir gehen mal ganz kurz runter mit dir. Der Drache sollte es eigentlich ja überleben. Feischern? Oh, Feischern kriegt sie. Ja, moin. Hallo, pronto. Warte, sie. Hey. Oh, shit. Es ist ein Wasser. Es ist ein Wasser, Kroko. Gegen den will ich jetzt nicht kämpfen. Was ist das dicke Ding da? Irgendeine Büffel, keine Ahnung. Hier. Hi. Okay, geht. Die müssen wir auch leveln. 100 Prozent. Oh. Oh, hopp, 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 hopp. Oh, wir sollten weggehen. Die mit den Büffeln ist nicht zu spaßen. Alter, hab ich mich grad verjagt. Wir hauen ab hier. Die Katze muss gelevelt werden. Ah, ja, ja. Bevor sie jetzt auch noch gleich wegstippt. Wie viel Level hast du? 371. Ja, moin. Kannst du klettern? Du kannst nicht klettern wie eine Thila Koleo. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Okay, Drache. Ab zu den Walrus. Wir müssen eigentlich auch fertig sein. Walrus. Der liegt immer noch? Der andere ist aber... Hat er aber wie... Hä? Oha, der schnarcht, wie ich hört mal. No. Ich wusste es. Du kleines Drecksweg, ne? Du und deine Partnerin. Weg mit euch. Ja, komm, komm. Ich fress dich gerne auf. Mit Vergnügen. Du, aber nicht der. Lass mal einen Walrus in Ruhe, ja? Tausend noch was. Oh, Baby. Das hättest du nicht tun dürfen. Tja, Pech gehabt, würde ich mal sagen. Okay, das kam von mir, oder? Was läuft hier? Oh, ein Pinguin. Du willst ihn aber jetzt nicht angreifen, oder? Sehr gut. Okay, da haben wir einen Walrus. Der scheint gleich gezähmt zu sein. Aber hört mal hin, der schnarcht wie ich. Ähnlichkeit ist vorhanden. Aber jetzt stehen sie auf, bitte. Ja. Tja, Freunde. Das hier, wie gesagt, solche Mods könnt ihr nur auf dem PC haben, ey. Wie gesagt halt, falls ihr die Möglichkeit habt, gönnt euch arg auf dem PC. Es, 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 ich sag mal so, es macht viel Sinn. Weil, guck mal. Ey, ihr könntet euch sogar Mods zusammenstellen, wo es nur Tiere gibt. Es kann alles geben. Okay, das war Links-Klick hier. Und wie gesagt, das war Rechts-Klick. Das hier. Okay, C. Hammer. Testen wir jetzt ganz kurz mal aus. Wir wissen erst nicht schnell. Bist du eine Weihnachtskarikuku? Kairuku? Links-Klick. Warte, das ist doch deren Speise. Eigentlich voll die Sünde, aber... Ja, Baby, wir kämpfen kurz gegen dich, ja? Baby da unten, komm mal hoch. Hallo, Kollege. Weißt du, auf wem Revier gehört, ne? Komm. Bam. 301. Er macht auch Blutung. Sehr gut. Oh Gott, er wird von seiner eigenen Rasse getötet. Ja, ähm, wir haben nichts getan, oder? Nö. Ey, aber man muss sagen, die sehen wirklich süß aus. Sie sehen aber beide gleich aus. Aber dazu, man kann mit den Kindern machen. Also, ihr seht, sie haben beide Herzen über sich. Deswegen, wir nehmen die nach Haus, bevor die halt hier wegsterben. Mitkommen. Ja, ist doch gut. Und du kommst auch mit. Drache! War ein voller Erfolg. Wir müssen nach Haus. Ey, dass das diesmal so perfekt läuft, hätte ich niemals gedacht. Ach, warte mal. Forest Titan. Ich komme. Und weh, du haust wieder ab. Dann werde ich dich nie wieder besuchen gehen. Oh! Er haut nicht ab. Es war auch zu schön. Es war auch zu schön. Wir gehen nach Haus. Moin, Freunde. Da sind wir. Okay, wir packen jetzt ganz kurz unsere Dinos hier aus. Da sind sie. Also, unser neues Biest. Müssen wir aber gucken, ob sie noch irgendwas Spezielles hat. Weil bis jetzt ist sie noch nicht ganz so stark. Aber sie sieht übelst brutal aus. Dann unsere wunderschönen Walrosse. Die eigentlich übelst groß sind. Schaut euch das mal an. Das bin ich jetzt von der Länge her. Ich bin gerade mal so groß noch nicht mal wie seine Flosse. Die ist größer als ich. Und das hier ist das Ding. Wurde aber übelst nice gemacht. Ich wünsche mir auch irgendwann, dass es in Ark... Es gibt ja circa... Keine Ahnung. Sagen wir jetzt ganz grob knapp 200 Dinos fast hier in Ark. Ich würde mir wünschen, dass es so eine Mod gibt. Von Tieren. Dass man die zähmen kann. Circa 200. Das wäre doch mal was für eine Modder. Würde ich schon mal sagen. Na Freunde. Wir haben schon mal vollen Erfolg gehabt. Die drei haben wir mitgenommen. Unseren Alpha Indoraptor können wir jetzt reiten. Und wir haben einen fetten Drachen. Aber auf jeden Fall war es das wieder von der richtig geilen Folge von Ark. Wenn es euch natürlich gefallen hat. Und der Drache. Dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommi und einen Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020